Ein Rothirsch bei der Brunft. Nicht die Natur, sondern der Mensch entscheidet, wie viele in unseren Wäldern leben dürfen. In Bayern ist das Rotwild fast überall verschwunden. Sie verbeißen die jungen Bäume und schaden der Forstwirtschaft. Du sollst nicht töten, so lautet das 5. Gebot. Gilt es nur für Menschen? Gibt es Ausnahmen? Darf ein Christ töten? Seit über 20 Jahren ist Kilian Limbrunner aus Kamerau Jäger. Doch er ist auch katholischer Priester. Darf ein Pfarrer töten? Wenn man schießt, hat man einen Grund, dass man dieses Wild zerlegt. Entweder, dass er ein Reifebock ist, dass er sein Höchstalter erreicht hat. Oder, dass man im Winter einen Kitz wegnimmt. Weil zwei da sind bei einem Geist. Oder dass ein Geist schon recht alt ist. Es ist schon Zeit. Erst ab Mai wird Kilian Limbrunner wieder in diesem Revier im Landkreis Kam ansitzen. Viele Menschen lehnen die Jagd ab. Es gibt illegale Tötungen geschützter Luchse oder Wölfe. Schießwütige Trophäenjäger. Aber das sind schwarze Schafe, die die Anständigen in Verruf bringen, meint Limbrunner. Der Gesundejäger ist der, der mit hegt und mit pflegt. Der nicht nur rausgeht und einen Schuss tut, sondern auch die Zusammenhänge weiß. Der Mensch hat die Schöpfung gemartet und Kulturlandschaften rausgemacht. Das ist so. Das ist ja nicht mehr rückgängig. Er ist verpflichtet, dass er da ein bisschen Gleichgewicht reinbringt. Das ist so sexy. Das ist jetzt keine Rechtfertigung zum wahrlosen Schießen. Ich bin der schwarze Jager. Wenn er mich aushalt, dann halt den jeden aus. Bei aller Hege und Pflege. Es gibt diesen Moment, der über Leben und Tod entscheidet. Passt. Optimal. Manchmal überlegt man schon. Soll ich schießen, soll ich nicht schießen. Und da muss man ein bisschen nach dem, muss man dann zumachen. Und wie sagt man, mit Tieren arbeiten. In seiner Gemeinde haben die Menschen mit der Leidenschaft ihres Pfarrers für die Jagd keine Probleme. In der Bibel sind Worte zu lesen, die das Töten von Tieren rechtfertigen. Aber auch andere, die zum Schutz der Tiere auffordern. Das Schießen oder das Töten, es dient. Das klingt jetzt wieder paradox. Man kann es nur christlich verantworten, wenn es dem Leben dient. Wenn man versucht, etwas in Eingang zu bringen, was Menschen selber zerstört haben, eigentlich schon aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Und ich denke, ich komme das Wort dort nur. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Bleibt diese Legende vom heiligen Hubertus, der einem Hirschen begegnet. Als er schießen will, erscheint ein Kreuz über dem Geweih des Hirschen und Hubertus verschont ihn. Ein Tierfreund wird Schutzpatron der Jäger? Für uns Jäger sollte es eigentlich bedeuten, man soll immer im Tier das Geschöpf sehen. Das Mitgeschöpf. Und verantwortungsvoll damit umgehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017